Und wenn wir jetzt im On-Beat sind, Norbert zeigt uns noch im On-Beat, oder? Und wenn wir jetzt im On-Beat sind, Norbert zeigt uns noch im On-Beat, oder? Du bist dort im All, du bist international, was du von mir lernen kannst, sind Freundlichkeit und Toleranz. Oskar, wo geht deine Zukunft in Lohn? Oskar, auf der Suche nach dem Symptom. Langsam, die Welt dreht sich zu schnell, doch ich bin spätuell und wer braucht denn schon Berlin? Du bist die autofreie Stadt, mit einer Tram, die am Schluss satt. Dein Himmel wär so blau und niemand stünde mehr im Stau. Du bist energieautark, dein Schloss, Garten und Park sind nicht nur da zum Schauen, sondern um Luftschlösser zu bauen. Oskar, wo geht deine Zukunft in Lohn? Oskar, auf der Suche nach dem Symptom. Seltsam, das Geld regiert die Welt, doch ich bin, was dich hier hält und wer braucht denn schon Berlin? Hier kann jeder bleiben, egal aus welchem Land. Und die Ausländerbehörde wird bald zum Willkommensamt. Mehr Kunst aus anderen Ländern, die Linke nicht verbauen, so wirst du dich verändern und durch meine Augen schauen. Wie wär's mit Häusern tauschen, vom Staat bis Sanssouci, mehr Orte für die Jugend und weniger Bürokratie. Das Recht auf Glück für alle, Arm und Reich, jung oder alt, dann wirst du bald der schönste Ort in meiner Galaxie. Horst Damm, wo geht deine Zukunft in Lohn? Horst Damm, auf der Suche nach dem Symptom. Langsam, die Welt dreht sich zu schnell, doch ich bin, was dich hier hält und wer braucht denn schon Berlin? Horst Damm! Hoch Damm! Vielen Dank.